Ab ein ganzes Jahr ist es her, seit Mojang den letzten Snapshot released hat. Nun sind wir eine Version weiter und Minecraft 1.9 steht in den Startlöchern. Am heutigen Mittwoch, den 29. Juli, geben uns die Entwickler mit 15W31 einen Snapshot, der einen Großteil der Funktionen enthält, an denen in der letzten Zeit entwickelt wurde. Zunächst ist das das Dual Wilding oder auch Zweihandsystem. Das mit dem Hotkey F-Aktivier- oder Deaktivierbarer Feature bringt eine neue Hand in Minecraft als auch einen neuen Inventarslot. Im Menü Skin Customization lässt sich auswählen, ob die linke oder die rechte Hand der generelle Standard sein soll. Alles was wir hier im Inventar platzieren, landet in der linken Hand. Immer wenn wir nun rechts klicken, wird die linke Hand benutzt und wenn wir links klicken, wird primär auf die rechte Hand zugegriffen. Gegen diese Schilde haben es sogar die 16 neuen Pfeilarten schwer. So gibt es nun den Spectral Arrow, der Mobs beim Treffen eine Umrandung gibt, die auch durch Wände sichtbar ist. Viel Schaden macht er allerdings nicht, anders als der Night Vision Pfeil, der Leaping Pfeil und viele weitere Pfeile mit den unterschiedlichsten Potion Effekten. Auch der Bogen, der diese Pfeile abschießt, wurde nun mit einer Animation im Inventar versehen. Das End war in Minecraft schon lange keine Herausforderung mehr. Nahezu langweilig! Mit dem Snapshot 15 wie 31 ändert sich das nun schlagartig. So soll das End fortan nicht mehr nur noch aus einer Insel, sondern aus einem durch Portale verknüpften Inselsystem bestehen. Zunächst landet man auf einer Insel, die der in der vorherigen Version bis auf wenige kleine Veränderungen noch recht ähnlich aussieht. Später jedoch hält das End aber noch ganz andere Inseln bereit. Zwischen den Inseln kann man dabei durch Portale wechseln, die sich auftun, nachdem man den Enderdrachen getötet hat. Wobei einmal getötet wird der Drache in der Version 1.9 oder auch in diesem Snapshot nicht aus der Welt geschafft sein, sondern wird sich durch die Enderkristalle wieder neu spawnen lassen. Für diese wird es ein Craftingrezept geben und sind sie alle wieder auf den Säulen platziert, spawnt der Drache erneut. Zwar erhält man dann kein Enderdragon Ei mehr und leider sind auch Enderdragon Babys nicht in Planung, sondern man bekommt eine ganz andere Belohnung, den Enderdrachenkopf. Insgesamt soll der Enderdragon Fight spannender werden, wozu unter anderem ein neues Heilungssystem beiträgt, aber auch die neuen, teilweise richtig fiesen Schalker-Mobs verstecken sich in den Schalker-Blöcken, die sich öffnen, sobald sich ihnen ein Spieler nähert. Diese, man mag im ersten Moment annehmen Bäume, sind eigentlich gar keine, sondern Dungeons. Im Inneren finden sich neben Endermännern und den euch verfolgenden Köpfen auch richtige Jump and Runs. Begleitet wird das Abenteuer von einem neuen Effekt namens Levitation, der vom Schalker-Block ausgeht und die Schwerkraft umkehrt, sodass sie nach oben schwebt. Zum neuen End gehören auch die Chorus-Früchte, die merkwürdigen korallenartigen Pflanzen. Diese zerspringen, wenn man ihren Stamm abbaut. Wenn du dieses Video hier weitersehen möchtest, dann klick jetzt einfach auf die Infocard, denn dann kommst du direkt zum entsprechenden Video im Tutorial Center, dem neuen Kanal, wo es aktuelle Videos rund um Minecraft, Windows und Technik gibt. Das ist die Zertrücken. Vielen Dank.